Herzlich willkommen hier bei Pearl TV zu unserem großen Herbst und wir haben uns es schon richtig gemütlich gemacht, weil draußen ist es schon richtig kalt und einfach ungemütlich, vielleicht bei Ihnen zu Hause auch, gerade hier regnet es auch, deshalb finde ich, sollte man sich richtig schön einkuscheln, haben wir uns alle verdient und da haben wir heute was richtig Tolles für nur 10 Euro, also nutzen Sie hier gerne die Gelegenheit aus, weil gerade dieser Herbst-Sell ist fantastisch, solche Preise gab es noch nie und wird es auch nicht mehr ganz so schnell geben oder ganz so bald wieder geben, weil wir eben hier auch schon fast am Ende sind mit dem Herbst, deshalb greifen Sie hier nochmal zu. Also weißt du Moni, bei einer Decke für 10 Euro, ich hätte mir einfach nur so einen Bettlakenstoff vorgestellt, für 10 Euro bekommen Sie haben hier ein Highlight an Decke, weil das eine Decke ist, die ist richtig kuschelig weich und sie ist vor allem so schön weihnachtlich, das ist diese Decke hier und die Decke, die schreit förmlich nach Weihnachten, weil wir hier sämtliche Weihnachtsmotive mit drin haben, einen Tannenbaum und ich rück's mal ein bisschen zu mir, dann sehen Sie nämlich auch den Wichtel. Ein Wichtel! Also das ist wirklich richtig toll, dass wir 10 richtig schön warmweiße LEDs hier mit verarbeitet haben, aber Moni, ich habe auch zu unserer Seite hier nochmal eine Decke richtig schön drapiert. Das ist ein und dieselbe Decke, das heißt Sie können sie auch richtig schön neutral mal falten, neutral übers Sofa legen. Das gefällt mir auch richtig gut und diese Fläche gefällt mir besonders gut zum Einkuscheln, weil die so weich ist. Oh ja, wie so ein Teddybär. Das ist so eine Kuscheldecke. Moni, ich will es dir nicht vorenthalten, komm du darfst dich mal eindecken. Dankeschön. Das ist so schöner Stoff, richtig kuscheliger Teddystoff, also das ist wirklich fantastisch, 10 Euro. Ich bitte Sie, das ist ein Muss jetzt im Hinblick auf die Weihnachtstage. Und wenn Sie noch nicht in Weihnachtsstimmung sind, dann nehmen Sie einfach nur diese weiße Seite. Ich finde die an sich auch schon total schick. Auf jeden Fall und gerade was du gesagt hast, vielleicht auch einfach mal so als Bettüberwurf oder Sofaüberwurf. Aber wenn man die Decke dann aufmacht, dann sieht das natürlich auch echt richtig toll aus. Ist meine Lieblingsdecke mit dem Wichtel. Ich freue mich gerade so sehr, dass wir Ihnen die für 10 Euro anbieten dürfen, weil für 10 Euro kriegt man sonst meistens so eine Decke, die kratzt. Da stehen dann alle Haare zu Berge. Sie kennen vielleicht auch diese Decken. Hier ist das nicht der Fall. Die ist super gemütlich. Die kratzt nicht. Die ist auch noch richtig schön und sie ist noch beleuchtet. Und sie ist auch von beiden Seiten super weich. Die eine Seite ist natürlich richtig kuschelig, aber selbst diese bedruckte Seite ist richtig, richtig schön weich. Also unglaublich dieser Preis. Ich komme nicht drauf klar, muss ich wirklich sagen. Also für mich ist das schon echt fast geschenkt, muss ich sagen. 10 Euro für eine solche Decke in der Qualität, die auch noch leuchten kann und ein super Deko-Highlight ist. Schauen Sie mal, selbst bei pearl.de ist die eigentlich schon viel zu günstig, wenn Sie mich fragen. Ja, normalerweise wären wir nämlich dort als Preissit. Bei 25 Euro finde ich dort auch schon wirklich einen spitzen Preis. Aber natürlich jetzt für 10 Euro hier bei uns im Herbst. Sollten Sie wirklich sehr schnell sein beim Bestellen und auch wirklich richtig schnell, wie gesagt, bestellen, weil wir eben hier einen super Preis haben. 10 Euro ist einfach nur fantastisch. Und so einfach kann man dann auch mal die weihnachtliche Stimmung zu sich nach Hause bringen. Super praktisch hier auch zum Dekorieren. Einfach wo drüber legen oder vielleicht auch immer als Geschenk für Ihre Frau zum Beispiel. Dann kann die sich richtig schön einkuscheln. Aber sie passen bestimmt auch zu zweit runter, weil die Decke ist auch wirklich sehr groß. Batteriefach haben wir mit drin, sodass Sie die Decke immer schön leuchten lassen können. Und da haben Sie hier ein 20er Pack, was Sie am besten mitbestellen. Und dann haben Sie nochmal einen guten und günstigen Vorrat da. Aber super langlebig sind die Batterien. Ja, die am besten direkt mitbestellen. Mit der PX 1569 und der 569. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich ganz viel Spaß hiermit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.